Es war einmal. Wie ist das besondere Jahr 2020 für die Deutsche Kinderschutz Stiftung Hänsel und Gretel verlaufen? Wir konnten ganz, ganz viel erreichen. Über 50.000 Kinder sind bislang mit unserer Ausstellung echt klasse erreicht worden, ausgebucht bis ins Jahr 2023, trotz Corona. Mit der Notinsel haben wir 17.000 Geschäfte, die sich für den Kinderschutz tagtäglich einsetzen, im Moment leider auch unter vielen und ganz besonderen Bedingungen und erschwerten Bedingungen. Und trotzdem freuen wir uns, dass so viele Einzelhändler Partner des Notinselprojektes sind. Starke Kinderkiste. Ja, wir sind bei fast 400 Kitas, die bei dem Projekt engagiert sind, dabei sind. Und es geht weiter mit dem Ziel, 500.000 Kinder in den nächsten sieben Jahren in Deutschland zu erreichen. Vieles war, vieles wird sein. Danke Ihnen allen für die große Unterstützung dafür, dass Sie der Deutschen Kinderschutz Stiftung Hänsel und Gretel wohlgesonnen bleiben und weiter unsere Arbeit unterstützen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und vor allem viel Gesundheit und ein etwas gesünderes 2021.